Holen Sie sich den Frühling ins Haus. Am besten mit einem Besuch des traditionellen Ostermaktes bei Dittrich Papier am Samstag, den 10. März in Mittweida. Von 9 bis 18 Uhr können Sie die aktuellen Ostertrends aus dem Erzgebirge entdecken. Holen Sie sich mit den vielfältigen Osterdekorationen den Frühling ins Haus. Die beliebte Bastelstraße wird auch in diesem Jahr von Tina betreut, die Techniken zum Gestalten der Ostereier zeigen wird. Also auf geht's zum Ostermarkt bei Dittrich Papier in Mittweida. Untertitelung des ZDF, 2020